So, willkommen zurück bei Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain und wie ich mir da so gedacht habe, machen wir wieder eine Hauptmission. Und zwar überlegen wir mal, ja die. Die Oberst killen und Panzer vernichten. Nürztest doch geil an. Ausrüstung, ja Raketenwerfer ist das beste da. Wir müssen starten. Abends. Wir sollen also Panzer vernichten, ob da Raketen reichen, weiß ich nicht. Gibt es nicht auch C4 oder sowas? Episode 8. Besatzungsmark. This mission has two objectives. Eliminate the colonel's schedule to take up a post at Smasi Fort, and stop the deployment of his tank unit. Your first move should be to head to Sacre village and search for the colonel and his deployment plans. Let's start it. Okay, let's Judas. Weren'tόςte the fleet, den включert. Okay, horseпat inimigt! Und zwar nicht. So, erstmal, denke ich mir mal, Waffen und Gegenstände. Raketen reichen aber an dem Panzer nicht, man, da brauche ich doch mehr. Platzierbare Waffen. Funkgesteuerte Bombe. Miene. Okay, ich kann mir auch keine Minen bauen, aber Bomben. Dann habe ich nämlich Raketen und Minen, beziehungsweise Bomben. Da kommt es doch schon. Oh, no. Oh, no. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ein Wolf mir retten? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unten bleiben, okay Untertitelung des ZDF, 2020 Puh, Sniper haben die also auch hier Untertitelung des ZDF, 2020 Analysis, complete Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Analysis, complete Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Das war's. Was ist das? Was ist das? Wir können nicht die Leute geben. Wir sind jetzt selbst bei uns. Koniec связи! KPM 2. KPM 2. KPM 2. KPM 2. KPM 3. KProbieren! Wird mal die Waffe. KPM 3. KPM 3. KPM 4. KPM 4. KPM 4. KPM 5. KPM 5. Das war's für heute. Stab-Stab, das ist der Kap. renowned auf dich, ein Feuer hat er in있는. Aber die sind Euhre scheinbar. Polar die gegen dich, umfam pensar. Komm. Es tut du dich. Es tut du dich. Es tut du dich, wenn du dich ins interfazieren möchtest, möchtest du... Bist du dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist der KB. Wir haben Probleme. Wettbewerb auf alle Wäste. gut jetzt gehört uns der außenposten das wollte ich nicht mehr erreichen das problem ist nämlich glaube ich wenn der panzer und der general vorbeigeschneid kommen und hier noch leute rumlaufen wird es ein bisschen schwierig dann wollt ihr mal ausräuchern umbringen töten ausradieren intel file obtained Die Erkrankung ist in der Mother Base. Die Mission Invo hat sich geändert. Das hat sich geändert. Boss, das Dokument, das du gerade hast, ist die Pläne für die Smasi Forte Reinforzungen. According zu den Plänen, der Colonel sollte mit dem Tank-Unit von Wuxin Barracks sein und dann weitergehen zum Smasi Fort. Die Tank-Unit, die auf dem Weg, nicht einfach machen. Hurry, Boss. Ich habe die Tank-Unit-Wirraubt auf dein Hydroid. Ich habe keine Tank-, keine Tank-Unit-Ding, sondern nicht? Ich habe ihn mit Autofen Excelenten ein. Ich habe ihn mit einer Tank-Unit. Ich bin mit einer Tank-Unit. Ich bin mit einem Ich-Zubert. Ich habe ihn mit Unterleggefahren zu sorgen. Ich habe ihn mit einer Tank-Unit. Ich kann seit einer Tank-Unit. Ich habe ihn mit einer Tank-Unit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Wer sich übrigens wundert, warum ich weiß, wo die langfahren, ich habe es eben schon mal gemacht, die Mission Ist aber leider das Spiel abgekackt Praktisch meine zweite Runde jetzt hier Letztes Mal hatte ich keine Bomben, nur Raketenwerfer Und mit dem Raketenwerfer, sag ich mal, drei Schuss pro Panzer und es ist sehr kacke, wenn die überall noch Einheiten rumrennen Es war nicht erfolgreich, nicht sehr doll So, aber jetzt Ich muss gut timen Ich will, dass der Panzer auf dreien steht und der andere Typ auf einem Schöne 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 Ist der wie sie stormen jetzt auf die Explosion? Nicht gut. Stirb! Na bitte, dicke Titte. Scheiß Panzer. 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 Scheiß Panzer.